Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Quono-Trigger-Special. Wir wollen das nächste Ending in Angriff nehmen und das können wir direkt, nachdem wir aus 600 ARD wieder aufs Fest kommen. Dazu müssen wir den Kanion wieder sehen. Wir haben hier ein volles Team mit Mardi, Luca und Kono. Ich weiß allerdings nicht, ob uns Luca nicht direkt verlassen hat, nachdem wir zurückgehen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal zum Tooth-Kanion. Eigentlich hab ich versucht, die zu umgehen, aber okay, wir sind alle voll ausgerüstet. Wie ihr seht, die Imps hier sind kein Problem. Wir sind gleich Geschichte. Wir kriegen ja sogar noch ein paar Level-Ups, falls wir genug Erfahrungspunkte sammeln können. Auf 5. Level sind wir noch nicht, aber wir haben ja eigentlich fast alles, deswegen... Es ist eigentlich völlig obsolet, diese Gegner zu machen. Dass wir jetzt endlich den Kanion müssen, ist halt wirklich nur, weil ich konnte vor... Das ist dann jetzt dort, wo ich abspeichern konnte. Weil wir müssen wieder durch den rechten Teleport zu Lavos gehen. Wir haben sogar noch einen Tooth-Kanion bekommen. Einen Tooth-Kanion, den wir nicht benötigen werden. So, aber die nächsten Gegner müssen sich umgehen können. So. Ah ja, jetzt erklärt Luca erstmal, wie die ganze Schose funktioniert. Wie kommen wir heim? Die Majestät... So, lass mich Marley nennen. Ich zeig euch den Gate-Key. Wir machen's auf. Und jetzt lass uns reingehen. Und ja, die ist ja der Protestin und Luca ist super. Wir wissen das. Wir haben den Gate-Key, ich weiß. Und wir wissen auch, dass dieser Gate-Key ja durch das Ambulent von Marley aufgetaucht ist. Aber wahrscheinlich hat der Teleport auch was damit zu tun. Und das Ding ist, hat's in der Zeit-Maschine statt einer Materie-Maschine geworden in dem Moment. Und eigentlich starben die Portale alle von Lavos. So, sie reden noch ein bisschen. So, was ist los? Ach, Luca verlässt uns leider. Das heißt, wir müssen's wieder zu zweit machen. Naja, das sollte in Ordnung sein. Mh, nee, Marley. Wir wollen nämlich das hier tun. Dave und Lavos gehen. Ich hab gehofft, dass Luca noch ein bisschen länger bleibt. Boah, dieser Quintest hat mir mal durch die Portale geht. So, Destruction Reins from the Heavens. Nö, noch nicht. Naja, ich will ein Fancy haben. Ähm, und ich will sagen, ein Ice. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt so lange brauchen für den Attack-Mode. Von Lavos, eigentlich ist es ja gar nicht der Attack-Mode. Ach doch, ich glaub, wie nennt man ihn? Die Attack-Mode sind für das ganze vorne dran. Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er hat, wo er noch mal hat. Äh, ich weiß zwar nicht, was er getan hat, aber es war wohl nicht besonders schlimm. Hat das nämlich gar nicht wehgetan. Ach, beim nächsten Ending. Können wir dann aber endlich mal ne volle Party haben. Dann muss ich dann aber ein ganzes Stück spielen, weil das... ...muss ich mir durch die komplette Zukunftsgeschichte durch. Ich will das erste Mal kommen. Komm, wieso mach ich eigentlich nicht ne Kombo? Ice Watch. Ui, das hat wehgetan. Und hopp, macht die Schale kaputt. Ich weiß, dass die Schale nicht so hochstark ist. Jawoll. Unglaublich, das kennen wir bereits. Wir sind ganz schön tief drin. Äh, ja, ich will jetzt trotzdem ein bisschen heilen. Ähm, ja, wir nehmen ein paar Essas. Chrono voll. Und für Mali nehmen wir mal die Potions. Jetzt brauchen wir sie doch. Nur 50. Ah, das hab ich getan. So, auf Chrono, äh, ja. Mali nutzen, nicht auf Chrono nutzen. Ah ja, der kriegt auch einen. Werden die wenigsten noch benutzt. Die ganzen Items, die ich im Lavos Kampf verbraucht hab, die werden dann übrigens, krieg ich die ja wieder, weil ich bleich ja nicht nach dem Lavos Kampf. Das heißt, ich werde ja mit dem Spielstand, bei dem wir angefangen haben, da werde ich noch ein Sicherheitssafe machen. Und dann machen wir weiter. Wieder beim nächsten Mord, wo man dann gegen Lavos antreten kann. So, jetzt wird's ein bisschen heftiger, wissen wir ja. Jetzt müssen wir uns mehr Mühe geben. Das muss Lavos sein. Oder Zell. Das sieht nämlich so wie Zell aus. Total. Ich hätte echt gehofft, dass Luca wenigstens mitbleibt. Arme auch nicht so dort und blubbern. Ja. Tust das. So, äh. Irgendeiner der Arme war, hat immer geheilt. Gucken wir erst mal den rechten Arm angreifen. So, hast. Und dann dreht sich Mali auch nach hast. Autsch. Wenn sie nicht heilen muss. Ah. Hör auf, mir Mali anzugreifen. So, wenn sie auf den rechten Arm müsste ich lieber mal heilen. Dann müssen wir ja schon Schadenbefüße sich ja attacken. Der Arm ist ein bisschen heftiger drauf. So. So, Mali, bis du dich dann gleich mal hast. Wenn ich mal darf, bitte. Irgendwann kennen wir Lavos sei in- und auswendig. Aber im Moment noch nicht. Ja, Kono tut das nicht so weh. Und weggekontert. So, als nächstes machen wir dann eine Combo-Tag. So, wo sind da 1-2-2 auf den rechten Arm? Und die Laserbeeps kommen aus seinen Nippeln. Das ist mir jetzt echt erst das erste Mal aufgefallen. Übrigens, ich hab ganz vergessen, dass es die Overworld gab. Im letzten Kampf hätten wir auch beide heilen können. Auch wenn es nicht für so viele KP. Gut, den ersten Arm hätten wir kaputt. So, Eishwad 2 auf den linken Arm. Hopp. Wusste ich's doch. Dieser linker Arm muss weg. So, weg damit. Ach nö, ne das. Bitte nicht. Und immer auf Kono. Jetzt kann der wieder verwirrt werden. Da gibt's leider auch keine Magie, für die uns dabei hilft. Ohne verdammte Scheiße aber auch. So. So, Eiswort. Ich glaub danach wird's mal Zeit für eine Orwe haben. So, Orwe. Na gut, Mali wird keinen Stopp haben. Weil sie hat noch. Dieses Regenbogen. Ui, das hat sie mich gut gehalten, muss ich sagen. So. So. Nochmal. Was? Der Körper hat sich aktiviert. Ja, auf irgendeinem Grund hat Kono das aus Angriff interpretiert. So, Kono muss jetzt gleich mal einfach nur draufschlagen, während Mali ja ein Turbo-Häser zückt. So. Auf'n Lover's. Da ist mein... Da war mein Turbo-Häser. So. Der dunkle Wille. Ah, verdammt. Und das ist... Konfusion. Panakea, bitte. Da. Okay, auf Kono. Das Gute ist, dass er ziemlich dämlich ist, aber das... Und wieder diese komische Amwell Embrace. Das Amwell sagt mir irgendwas, das Wort. Ja, wieder irgendwas. Vergiftung oder sowas. Dann gibt's wieder ein Panakea, Mali. So, Kono darf jetzt mal Frequency machen. Jetzt fängt Lover's an ordentlich, hier Faden rauszuhauen. Naja, geht eigentlich noch, aber ordentlich halt. Schnellsam hat Mali gerade keinen Hass mehr. So, bevor ich das auswähle, warte ich mal kurz, wieviel Schaden das macht. Ach, das geht noch. Das geht ja noch. Also, Kono ist grad echt gut im Kontern. Super. Wir müssen ja auch die schlimmste Phase von Lavos erledigen. Waces, Lavos, attack. Vielen Dank auch. Da hat der Kono auch nicht drauf gekontert. Ich find's einfach interessant zu sehen, wie wir Lavos hinbekommen. Sonst könnte ich auch einfach immer hinschneiden. Zu der Stelle, wo wir eben besiegen, aber nee. Ehrlich gesagt will ich das nicht. Ich will auch gucken, wie ich besser in diesem Kampf werde. Und im Moment ist Eiswort 2 genau die richtige Wahl. Irgendwie macht der gerade nichts mehr. Ist dir das Pulver ausgegangen, Lavos? Achso. Du warst kurz vor Abkratzen. Na gut, jetzt müssen wir ja noch deinen Kern machen. Damit er mir wieder diese höchst unerfreundlichen Geräusche zu hören bekommt. Wenn meine Katze den Schatten anguckt, den ich mache. So, Mordi, wo bleibt dein Text? Das ist Humanoid. Das hat die Power von jeder Kreatur auf dem Planeten. Und deswegen sind wir alle hier. Der Planet ist unser Zuhause. Wir nehmen ihn zurück. Total unenthusiastisch gesprochen. Weil wir das alles schon mal gehört haben. Wir brauchen andere Sprüche. Vor allem wisst ihr immer noch nichts von Lavos. Nee, wisst ihr eigentlich erst demnächst was von Lavos. Erstmal hast. So, Quancy. Auf den linken. Weil der heilt. Und mit dem können die ja Triple Attack machen und so. Jo, jetzt schon fängt er an. Äh, was? Himmlische Tränen. Und das hat wehgetan. So, Chrono haut drauf. Marley muss ich gleich was Bestimmtes nehmen. So, jetzt auf den Rechten. Barriers hier. Was haben die gerade gemacht? Die haben nicht aufgepasst. Preparing, was reicht schon. Eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen heilen. So, okay. Was machst du denn? Ich brauche eine Horror World. Äh, Horror World? Ah, verdammt. Kombo. Ja, es ging fix. Wir müssen uns halt ein bisschen vorbereiten. Jetzt muss ich Marley gleich mal hauptsächlich Unterstützung leisten. Der Krono braucht noch ein bisschen mehr Heilung. So, ähm, Francie kann ich schon machen. Auf den linken. Auf den da. So, du machst einen Q-Spill auf Krono, bitte. Dann krieg ich wieder einen Toruäser. Und danach brauchst du eine Haste auf dich selbst. Der Krono haut zu lange einfach auf den rechten Lawscore drauf. Auf den da. Toruäser. Auf Krono. Ah, da kann ich jetzt irgendwie der Frenzy machen. Oh, die ultimative physische Attacke, ja. Verdammt, tut Marley immer noch ordentlich weh. Da kann ich überhaupt keine Haste auf sie machen. So. Ja, die Frenzy ist fort. Oh ja, und trotzdem verdammt, das ist zu viel. Wir müssen wirklich warten. So, Q auf dich selbst. Und solange die anderen angreifen, bis er wieder die Fensterwart macht. Aha. Oh, jetzt habe ich einen ganz normalen Angriff gemacht, verdammt. So, Frenzy, bitte. Und du kannst jetzt endlich mal Haste auf dich machen. Dann wird Krono geheilt. Dann könnt ihr wieder Kombo-Attacken machen, oder? Wenn ich dazu komme. Einmal das Spiel tut du deinen austrickst und denkst, der Mittlere ist Lavos, aber... Der Richter ist Lavos. Verdammt. Ja, ist wieder da. Nun, er hat noch die Fenster und... Unholy Light, slow. Hoffentlich wird keiner von uns langsam. Okay, Marley heilt. Okay, Marley heilt. So, Frenzy auf den Linken. Du, Marley... Kannst ein Hai-Esser auf Krono zaubern? Äh, zaubern, wirken. Auch nicht wirken. Kann Krono ein Hai-Esser geben. So, Wolfs-HP. Ja, wirken trotzdem mal... ...krotzdem ein Ice-Ford. Und danach müssen wir wohl den Overworld bringen. Wirken. 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 Und hopp. Odo macht Schaden. Hach, das hat Schaden gemacht. So, Overworld. Der temporale Pfiff. Doch, wenn ich nie so genau weiß, wo wir da eigentlich sind. Die Musik ist jedenfalls immer wieder ebisch. So, Ice-Ford 2, bitte. Random-Status-Element. Ist ja irgendwas passiert. Okay, jetzt ist er alleine. Jetzt musst du gleich zwei wiederbeleben. Putz. Verdammt, die Fans restored. Das heißt, wir sollten jetzt normale Attacken machen. Jetzt ist er sich wieder. Dass er nicht mehr Defending macht. Wie ist Defending? Ja, er verteidigt sich. Jetzt nicht mehr? Supi. Hey, klasse, dass du darauf konterst. Also, worauf Krono alles kontert, ist super. Weiter geht's. Wir machen wieder an Ice-Ford 2. Wenn wir so weitermachen, sollte das eigentlich nicht mehr allzu lang dauern. Ähm. Bonus-Hast ist abgelaufen, stimmt's. Wir müssen gleich wieder eine Hast bringen. Aber erst, wenn er wieder... Verdammter Herz getan. Oh, ich hab's schon ausgewählt, oder? Ich bin ja nicht mal interessiert, was passiert, wenn ich ein Lumine auf die alle wirke. Das probieren wir gleich mal aus. Mal, die muss ich Hass zaubern. Oh, hat sich erledigt, der ist tot. Ach man, grad wo ich was ausprobieren wollte. Wollte eben sagen, wo bleibt denn da, wo das Todesschrei? Jetzt müssen wir am nächsten Ending landen. Ich glaub, Ending 4. Ich muss meine Liste abhaken. Das werden wir erstmal wieder durch die Zeit geschickt. Ganz fest. Ja und nu? Na? Prinzessin, tut ihr draußen mal wieder eure Verkleidung anhaben? Was? Äh, Verkleid... Froschquaken? Prinzessin, wieder mal mit eurer Verkleidung! Warum sagen die das alle? Äh, nö. Sagen die das jetzt alle? Ja? Und dieses Koaken kennen wir von Fwok. Den haben wir ja am 600 AD getroffen, wenn ihr euch erinnert. Prinzessin, ihr seid mal wieder so angezogen wie eine von uns. Tja. Was passiert? Äh, ja, das kannten wir bereits. Eure Majestät, ich hab euch kaum erkannt mit all dem Make-Up, das ihr tragt. Ich hab mich mit dem Make-Up, glaub ich, erkannt. Ja, die sagen hier so ziemlich alles Silve. Tja. Irgendwas ist hier komisch. Lass uns zum Schloss gehen. Die Leute in der Stadt nehmen sich merkwürdig. Vater, die Leute in der Stadt nehmen sich merkwürdig. Beruhige dich, Natja, wo warst du denn? Ich hab dich draußen herum wollen sehen, mal wieder angezogen wie ein Mensch. Äh, jeder sagt das. Was hat das zu bedeuten? Du weißt ganz genau, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was für ein Spiel du spielst. Aber du musst dich nicht so anziehen. Das muss ganz schön, ähm, unbequem sein. Komm schon. Du bist gerade rechtzeitig. Ich wollte mir gerade diesen Film ansehen. Der 400 Jahre alte Film der Hochzeit unserer Vorfahren. Wir haben ihn gefunden, als wir den Schatzraum aufräumten. Was zum... Mali? Sag mir nicht, dass du... Was zum... Sind das die Quiddits jetzt? Und zwar so richtig alt. Richtig. Wie so ein Film aus den 30er Jahren. Ich hab ja gedacht, bitte und alle... Boah, aber dieser Soundeffekt nervt ja! Jetzt... Was zum... Das ist aber Fog, die Helini heiratet. Und wie ist das bitte passiert? Ist der König gestorben? Ich mein, sie hatten doch kein Kind, als wir in 600 AD waren. Wie hielte das für eine gute Idee, dann auch noch Kinder zu bekommen? Wie hat das überhaupt funktioniert? Ja, sie scheinen ihre Schmüre gegeben zu haben. Das sieht widerlich aus. Nein! Das Ende. Wir haben wohl irgendwie die Vergangenheit verändert. So, gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Der werden wir durch den Quiddits geschickt. Schwarzer Bildschirm. Ich hoffe, mein 3DS ist nicht abgesoffen. Oder gehört das so? Ah, ja, jetzt. Wir werden wieder zum Anfang geschickt. Anni, das sind die Quiddits. Das sind die Quiddits, okay. Also, erfahrungsgemäß passiert hier nichts mehr. Also sage ich vielen Dank, dass ihr bei diesem Special auch wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Special wieder, wo wir uns das nächste Ending vornehmen. Und ich verabschiede mich mit weniger denken, mehr spielen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.